Und so ich traue Ich geb dir Dekker! Ich geb dir Dekker! Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Dekker! 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 So, die Mucke ist aus, das heißt schon mal was Gutes. Oh nein! Schwefel! Hier kann alles in die Luft gehen! Ich zieh weg! Ich muss noch hier sein! Ausgängersichter, wir müssen das Paket zurückholen! Was ist mit diesem Ding? Haben wir sie abgehängt? Hier! Hab sie gefunden! Oh nein! Stopp! Das war's! Hör mir die Macht! Hm? Das ist schon mal. Da kommt sich, was sie nur f Belg зачätigt! Was ist das? Hm, wenn es so einfach wäre. Hm. Hm. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Hm. 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 Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Hm. 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 Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Hm. 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 Hier, sehen wir wasser, sie sind hier ! Mist, das war blöd. Oh, fuck, die könnten überall sein. 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 Der Lino ist nicht da gewesen heute. Keine Ahnung, ich bin auch erst spät gekommen. Oh, okay. Schwefel, hier müssen Sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Schall! Schall! Hm. Oh, my God. Falle. Ich brauche ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ich brauche ein Gefäß mit griechischem Feuer.